Hi, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Uncharted 3, Drex Deception, in der Wüste. Und kein Dorf. Und kein Dorf mehr. Ach Gott, es ist ein Mäusemalken. Auf jeden Fall. Ach nee, doch nicht, da ist das Dorf. Ja, stimmt. Ich glaube, ich bin ein ganz schön großer Vater Morgana. Und viel Chance für Schätze. Nein. Kapitel 19, die Siedlung. Um mir fallen. Um mir fallen. Lass ihn, Schatz. Was, wo? Da links. Hä? Da links. Wo? Da. Das ist ein Palme. Da. 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 Ich sehe es nicht. Direkt unter vor meinem Kopf, da. Oben jetzt, genau. Ach so, ah, da. Guck dir nur an, hätte ich nie gesehen, wäre ich vorbeigelaufen. Ach, Quatsch. Wunderschön. Ah, der Ziege, ein Steinbrück aus Sandstein. Hier hoch, dann gehen wir da nicht hoch, dann gehen wir erstmal an der Sette lang. Nee, erstmal die ganzen Trümmer hier durchschauen, ne? Ja, ja. Scheiß auf Wasser, wir brauchen Schätze. Ja, ja. Aber warum gehst du jetzt auf die andere? Ach so, du kommst da nicht hoch. Ach so. Ich wollte nur gucken, ob es jetzt begrenzt ist. Hm? Ja, wenn er sagt, vielleicht da hoch. Hm. Ach, wann ist jetzt gerade hier? Hm? War denn das jetzt gerade hier? Hat er gerade ein bisschen gestoppt. Ne, ach. Wo ist dein anderer Weg? Wo ist dein anderer Weg? In diese Stadt gibt es kein Leben mehr. Nee. Aber gehen wir jetzt mal rein. Hoffentlich. Wer weiß, wer weiß. So, klettern kann er noch? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, nun? Schätze. Schätze. Keine Schätze. Keine Schätze. Keine Schätze. Oh, lustig. Es sah schon so einbrechend aus. Nee, es hat mich jetzt ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Okay. Das hat noch gefehlt. Das hat noch gefehlt. Ja. Das hat noch gefehlt. Oh. Schatzfolge. Ja, ja. Aber sowas von. Na komm, zeig an. Da los. PlayStation möchte gerade nicht so, wie es scheint. Na? Oder an Charlotte möchte nicht mehr. Ach so, deswegen. Faker Schatzsucher. Aber trotzdem wird der Schatz nicht angezeigt. Warum denn auch? Welcher war's denn? Nee, er kommt wahrscheinlich gleich. Lädt noch ein bisschen nach wahrscheinlich. Na hoch da. Ach, dann nicht. Na hoch da. Na hoch da. Genau. Ja, mit Sand. Weiß ich nicht. Sehe ich gerade nicht. Ach da. Ja, gleich kannst du schon im Brunnen. Ja, gleich. Erstmal schätze. Ah, da ist er. Da ist der Schatz. Okay. So, neuer Schatz. Neuer Schatz. Nein. Dann geht's da runter, ja? Oh. Einfach springen. So kann man auch runter. Man könnte zwar auch die, diese Dinger da genommen, halten, haben, sein können. Leck mich am Arsch. Aber? Die Seile. Nee, so eine Steine, eine Dingerwand. Oh. Lecker. Nicht trinkbar. Ach, halt auch. Nicht trinkbar. Er trinkt es aber trotzdem. Ja, man muss ja alles nehmen, was man kriegen kann. Aber sag danach, nicht trinkbar. Er hat's auch getrunken. Oh. Na ja, okay. Du willst überall hochspringen, ne? Ja, will ich. Das geht nicht. Ach, hier hoch. Da hoch? Nee, da hoch. Ach so. Ah, doch. Nicht aufgeben. Er kann trotzdem noch springen. Ich muss aber grad sagen, dafür ist er ja schon fett, du. Hat er auch gerade was von dem nicht trinkbaren Wasser getrunken. Nee, ist wahrscheinlich giftig. Auf jeden Fall. Schatz? Schatz, Schatz. Nein. Nicht? Nein. Hm. Kein Schatz. Schatzi. Und keine Menschen sehlt da hinten. Nee. Ja, dachte ich auch. Ein Schatz? Da ist ein Schatz, oder? Nee. Doch. Ah, ah. Äh. Armschienen. Armschienen. Na, dann halt ein Armband. Ran... Nee, Armreif. Armreif. Armranzen. Jetzt wird er wahnsinnig. Ja. Ich mach ihn wahnsinnig. Ja, einmal nur eine Lichtspalte. Das sieht doch manchmal so aus. Ja, ja, ne? Das ist halt manchmal so ein bisschen knifflig. Knifflig? Knifflig. So. Schatz. Was denn? Na? Boom. Kabum. Tot. Oh. Scheiße. Hi. Das ist Drake. Es ist Drake. Die sahen nicht ganz irgendwie, weiß ich nicht. Als ob die seine Sprache können. Ach so, aber du hast keine. Äh. Ja, die zwischendurch verloren. Mach ihn kalt. Genau. Und klau dir im Wasser. Jetzt hast du ne Waffe. Oh, hi. Ne schöne, äh, glaub ich so kommt. Alter. Ah. Weggetreten. Äh. So, wenn er nicht tot war, dann ist es jetzt. Spätestens. Alter, so. Jetzt mal kurz erstmal hier fluchen. Oh. Links ist einer noch, ja. Wo denn? Da. 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 Ja, voll. Schieße ihn ab. So, jetzt kann ich erstmal ein bisschen beruhigen hier. So, was bist du für ein Halt hier? Heu mal auf hier. Der hat super Helm. Und super Granatenskills. Oh. Ah. Wo denn? Da. Ach da. Nein. Nein. Komm, komm, komm. Das geht noch, das geht noch, das geht noch. Hier runter. Sehr schön. Oh. So, wo kommen sie jetzt? Der ist ja auch in einer Nähe hier. Da. Und oben noch. Ja, ja, da auch. Oh, oh. Na, ich glaube, das wäre nicht so gut gegangen. Ja, weiß ich nicht. So, links kommt. Links kommt. Einer. Das wollte ich sagen. Was habe ich denn alles wieder für eine Waffe? Eine andere. Ich merke schon. Kannst du wieder ranzoomen? Gott. Oh. Das ist eine halbautomatische. Ach so. Beziehungsweise nicht eine halbautomatische, eine automatische. Ah. Aber die kann ich ja mal eben nehmen. Und wer ist da ran? So. Ja. Ist er für eine? Ach so, schon wieder einer mit so einem Ding. Das ist einfach wie du hast gerade, oder? Ist gar nicht so schlecht. So. Ja, ne? Boah. Von? Wo? Da. Ach da. Oh. Schieß die Hand ab. Schieß die Hand ab. Genau. Ja, ja, ja. So. Das geht doch langsam, bitte. Das geht langsam wieder. Döhm, döhm. So. Döhm, döhm. Scheiße. Falsche Seite. Da. Da. Ja, ja, wo will er hin? Ich will Kopfschuss. Was? Was will er? Schade. Was macht der denn? Wie viele Kopfschüsse hast du jetzt eigentlich schon? Oh, weiß ich nicht. Äh, noch nicht 100. Oder waren es 100? Na, ich glaube es gibt noch 200, ne? Irgendwie sowas. Na komm raus. Du hast einfach steckt, du Feigling. Du Feigling. Dann schieß ich dir deine Hand ab. Dann schieß halt die Hand ab. Oh, dein Kopf. So, was ist hier? Der Sachskaliber ist so... Nee. Eine Pumpe. Pumpe. Eine Schrotfilme ist so. Das mir ist, das Wort nicht eingefallen. Eine Pumpe ist. Eine Pumpe. Granaten. Ich weiß noch was stimmen, oder? Nee, das bin ich. Ich sitze übrigens neben dir, ne? Ach so. Weiß ich nicht, ob das mitgekriegt was? Nee, noch nicht. Deswegen ja. Schätze! Nicht erstmal gucken, ob hier noch irgendwelche Leute sind. Nein. Einfach mal... Na, die Musik ist doch deren Zeitschint da. Also noch da irgendwie. Die Separa. Da sind Stimmen gewesen. Ich hab's auch gehört. Na, wo? Von... Ich hab einen rechten Ohrstöcker drin. Na, ich hab die auch gehört. Von da hinten wahrscheinlich dann da. Von dem Tor. Nehme ich mal stark an. Oh. Was? Wo? Wo? Moon! Moon! Ach so, Moon. Ja. Ich hab jetzt an den Mond gedacht. Ja, der... Also Moon. Der Mond. Sollen wohl das Flugzeug suchen? Nee. Ich will nach Schätze suchen. Kein Flugzeug. Nee, die wollen doch nach dem Flugzeug suchen. Aber ich suche alles... Wow! Die schießen auf dich! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Der bricht aber alles zusammen hier. Das ist ganz cool an der Gegend hier. Na, wo bist du? Na, er ist weg! Ich bin die ganze Zeit weg. Sag mal, renn doch mal. Ich ist die ganze Zeit hier rum. Ich will dir den Kopf schießen. Der ist hyperaktiv. Ja, ich merke das schon. Der braucht das. Der auch... Das... Ah! Schade. Das wäre schön gewesen. Naja, ich muss ja eh dahin, also... Naja. Was soll's. Das ist klar. Ich will nur gucken, ob ich jetzt hier irgendwas übersehen. Nee, da war ich ja eigentlich hier. Du hast eigentlich... Ja, das war überhaupt... Meines Wissens alles abgesucht. Zumindest hier in der Gegend, also... Ach, ich mach's mal anders. Saat zumindest was. Ach so, mit Granaten. Huh. Mal gucken, ob's was bringt. Swappt einmal. Ach, da hinten. Jo. Ein... Na? Getroffen? Viel Sand. Sieht man erstmal nix. Oh. Moon und Granaten. Wo ist denn die Moon hin? Habe ich dir schon eingesetzt? Hast du gerade hier noch zweimal? Ah, da seh ich's ja. Ich hab's gerade nicht gesehen. Äh. Was machst du denn jetzt? Ich wollt hier rein. Ach so. Nee, kannst auch nur mit der hier. Geh doch einfach weiter nach vorne. Da siehst du doch eh nicht mehr. Also, guck jetzt. Na gut. Also, da vorne ist ja auch noch so ne, ähm... Mauer hier. Ja, ja, ich weiß. Aber da musst du halt aufpassen von der anderen Seite da. Geh hochrennen hier. Oh, hier geht's ja auch ganz gut. So. Ja, schöne Schulter. Ja. Das wird was mit den Kopfschüssen. Ja, ja. So, und nun? Na? Ist da rechts noch einer? Guck mal. So, aber kann sein aus wie ne Ratte, die da irgendwie auf meiner Schulter war. Ja, ist ne Ratte, ja. Aha. Der hat ja seit jeher schon ne Ratte dabei. Da sind sie. Die trauen sich nur nicht. Feiglinge. Na, oh. So. So. Und? Ach, fuck. Da siehst du den Kopf nicht. Ne. Doch. Jawoll. Was? Was, Mist? Ach so. Ach so. War der sich wenigstens selbst hochgejagt? Ja, wahrscheinlich. Oder? Ach, da. Na? Jo. So. Musik ist aber auch noch da. Ja. Da. Da. Da kommen die Neuen. So. Schieß sie kaputt. Ja, weiter links wollte ich grad sagen. Naja. Ja, hättest du früher machen müssen, ja. Treibt ihn raus. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ah. Du nicht mit deiner hier. Ach, lag ihn kaputt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay. So, und nun? Äh. Weg, 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 weg. Ach so, das war das Ding. Oh, sonst vergesse ich immer wieder, dass der das macht. Ja, ja. Sein Special Granateil. Oh, weggetreten. Was war das denn, Alter? Weggetreten. So. Also noch mehr da unten. Ja, so wie die Musik ist, ja. Oder? Ach, ich seh nix. Und ich, und ich. Wahrscheinlich weiter rechts. Ah. Da waren doch gerade die Schüsse. Oder? Na, die kamen auf jeden Fall irgendwie auch von da. Also da. Wo kommen die denn her? Ich seh nicht. Wo? Zur Hölle her. Na, hier könnten doch Schätze liegen. Also geh mal nicht so weit vor. Na doch, ich muss ja nicht eh. Also das ist halt die Frage, woher sie kommen. Sind die doof? Hä? Na, weißt du wenigstens, wo die sind. Ja. Da hinten irgendwo. Nur ein Paarer. Ach, Mist. Ich bin so schätzegeil. Dann guck mal. Mach mal. Entschuldigung. Was, was? Ach so. Oh. Hab ich gar nicht gesehen. Na? Da war der Mikrofonständer mal wieder davor. Der gute. Gute Mikrofonständer? Ja. Okay. Das ist ja meiner. Wir müssten was an die Decke montieren. Mhm. Und dann mit Hilfe so einem, weiß ich nicht. Ja. So einem Mechanismus so hoch und runter ziehen können. Weil? Wenn wir nicht aufnehmen, hoch machen, damit es an der Becke hängt. Das wäre voll clever. Ja, ne? Dann bräuchte man einfach so, ja weiß ich nicht, ein stärkeres Kabel und dann an so einer Rolle, wo wir dann so drehen können. Und so eine Rolle, so als bin ich wieder hier, ne? Und dann können wir das einfach so baumeln lassen und hätten nicht diesen dummen Mikrofonständer in der Fresse. Ja, okay. Das wäre voll geil. Ja, aber dann hätten wir so ein dummes Seil in der Fresse. Ja, besser als so. Um mal deinen Ausdruck zu benutzen. Besser als so ein Mikrofonständer. Nö? Ja. Au. Kaputt. Umgefallen. Arme gebrochen. Ja. Mal wieder. So. So, wie kommst du jetzt wieder raus hier? Gar nicht. Niemals, aber ich... Du verreckst ja elendlich. Aber du kannst ihn jetzt gleich tun. Und auch abschießen. Ja, das rote Teil. Nee, er geht aber hoch jetzt gerade. Ja, du musst aber hinterher da, ne? Würde ich sagen. Schatz! Ein Ring! So. Ja. Weiter. Das geht besser. Achso. Ja, du kannst einfach draufschießen. Das ist ja ein Gebilde quasi. So. Jetzt kannst du hoch. Ja. Geklappt. Ha. Geklappt. So. Hier so. Ja? Fahr auf damit. Was? Zu sagen, dass Schluss ist. Es ist Schluss. Ja, es ist Schluss. Morgen geht es direkt weiter mit Let's Play. Anschade. Drei Drakes Reception. Wir enden erst vor allem zu schauen. Part. 33. Dann mittlerweile. Hallo Leute. Werden wir hier so rumhängen. Sagen wir schon mal tschüss. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dahin. Hallo. Ja, bis dahin. Oh. Ja. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR